Frankfurt fragt mich, na, da will ich doch besser mal antworten, dachten sich in diesem Jahr immerhin fast 1000 Bürger und brachten insgesamt 1269 Vorschläge für die Stadt Frankfurt ein. Auf www.ffm.de ist in den letzten Tagen so richtig was los. Fast eine Million Klicks seit Freischaltung der Internetseite zum Frankfurter Bürgerhaushalt sprechen da eine deutliche Sprache. Nun sollen die Frankfurterinnen und Frankfurter also keine eigenen Spar- und Ausgabevorschläge für den kommenden Haushalt mehr einbringen, sondern stattdessen all die Themen, die sich im Diskurs als besonders interessant herauskristallisiert haben, bewerten und am besten auch gleich noch kommentieren. Und was sind das so für Vorschläge, die es in diesem Jahr ganz nach oben geschafft haben? Die Nummer 1 nach Anzahl der Kommentare und Bewertungen ist anno 2013 die Idee eines Frankfurters, der sich selbst Sibelius nennt. Er fordert, dass künftig bereits an Grundschulen Schulsozialarbeiter zum Einsatz kommen sollen. Ein Vorschlag, der offenbar viel Anklang findet, wie man an den vielen, vielen positiven Bewertungen und Kommentaren sehen kann. Andere Ideen kommen da schon deutlich schlechter an. So fordert Bürger UIJ etwa die Privatisierung von Frankfurter Straßen im Sinne eines privaten Partnership-Projektes. Klar, die Stadtoberen würde es sicherlich freuen, wenn dadurch ordentlich was an Geld in die Stadtkassen gespült würde. Der, na sagen wir mal, kleine Mann ist da eher skeptisch. Vielleicht aus der Erfahrung heraus, dass Privatisierungen aller Art in der Regel dazu führen, dass die Leistungen schlechter werden, während gleichzeitig die Preise steigen. Und was brennt den Bürgerinnen und Bürgern noch so alles unter den Nägeln? Na ja, so einiges. Der immer noch höchst umstrittene Bau des Frankfurter Stadthauses etwa. Oder auch die Frage nach der Höhe der Hundesteuer. Apropos Steuer. Der User mit dem schönen Namen MKF fordert ganz unverhohlen die Einführung einer jährlichen Fahrradsteuer von 100 Euro. Was ja eigentlich nur gerecht wäre. Schließlich werden Autofahrer ja auch tüchtig zur Kasse gebeten. Aber das ist doch der helle Wahnsinn, wenn nicht gar völlig bescheuert. Finden Sie? Na dann lassen Sie es Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger möglichst schnell noch wissen. Und zwar indem Sie sich noch bis Sonntag auf www.ffm.de einklicken und zu möglichst vielen der 1269 gemachten Vorschläge Ihren ganz persönlichen Senf abgeben.